...also gefunden, was? Gut. Ich nehme an, du bist bereit, mit den Vorbereitungen zu beginnen. Natürlich nur, wenn du keine weiteren Magier mehr verärgern musst, Alistar. Was soll ich sagen? Die ehrwürdige Mutter hat mich überfallen. So wie sie die Schuldkeule schwingt, sollte man sie in die Armee stecken. Sie hat dich also gezwungen, dich über Magier lustig zu machen. Wir können es uns nicht leisten, irgendjemanden zu verärgern. Wir dürfen unseren Feinden nicht noch mehr Munition gegen uns liefern. Ihr habt recht daran, das tut mir leid. Nun denn? Jetzt, wo ihr alle hier seid, können wir beginnen. Ihr vier werdet in die Korkari-Wildnis aufbrechen, um zwei Aufgaben zu erfüllen. Die erste ist, drei Fläschchen mit dem Blut der dunklen Brut in euren Besitz zu bringen. Eins für jeden Rekruten.